Der Kandidat hat 100 Punkte. Wenn's reicht. Wieso erkennst du mich? Déjà vu. Respekt, die wenigsten kriegen mich mit. Ich hatte genug Gelegenheit. Man könnte fast sagen, ich bin ein Fan von dir. Und? Gibt's einen Fanclub von mir? Meine Teenie-Kreiszeit ist lange vorbei. Wir sind erwachsen. Lassen wir den Plural. Lass uns spielen. Viva Las Vegas de nada. Versch mich nicht. Kompakt. Papa, Papa, bitte den hier. Wie sagten Sie heißt denn? Ramses. Ist das nicht ein hübscher Name? warder gonna. Da ist nicht, das ist zurück. Wir sind? Wir sind im Schein. flop, men come? Ich weiß nicht. Wenn ja, die Leute wirklich die Säden hatten.